Felix Magath hat es gestern gesagt, er will ihn gewinnen, er will ihn sich holen in seinem Stadion und hat die Möglichkeit nachher dazu im Finale gegen die Bayern. Wir haben hier jetzt nochmal eine Freistoßmöglichkeit, da die Traditionskräfte draußen sind, die das fürgewöhnlich erledigen. Und spannend welche Variante wir jetzt sehen hier mit Fabio Aurelio, der Brasilianer, und Alberto Aguilani, Aguilani, Aurelio, und in der Mitte dann, die beste Möglichkeit bisher für den FC Liverpool, David Amou. Kommt da recht frei zum Kopfballen, haben sich die Gladbacher verhältnismäßig einfach aushebeln lassen, ein Haar über ihre rechte Abwehrseite, und dann die gute Kopfballmöglichkeit für den freistehenden Amou. Da kommt einer, den Jörg Stiegert angesprochen hat, das ist Fabian Becker, eine weitere Alternative für die Offensive bei der Borussia. Oh, ja. Oh, ja.